So, dann machen wir hier mal... Hello, hello! Dankeschön Alexander Krieger, Oh, ich habe im CNC-2000 früher auch mal U-Bahn gebaut, das fand ich aber geil. Ja. Oh, ich glaube, da muss ich dann unten nochmal wieder nachbessern. Mega cool, danke. Das ist mega cool. Basti hat vor kurzem zu einem Livestream gestartet. Welcher Basti? Modern Consumer? Wo? Basti. Er hätte spät gemerkt. Da wäre ich gern dabei gewesen, so heimliche Livestreams. Bei Basti? Schreibt Basti, ich weiß nicht, welchen er meint. Ich kenne aber eigentlich nur den Modern Consumer. Hey, Lennart. Hallo, Lennart. Was check ich jetzt denn? Die kuschelt mit Anna, ne? Mach mal Effizienz drauf. Aber was macht denn genau Effizienz? Effizienz ist das nicht das gleiche? So, auch mal Sascha. Das musst du eigentlich auch mehr rausbringen, oder? Hast du? Kann Live Notes auch laden, wenn die Grafikkarte zu gut ist. Zu gut? Nein, so gut gibt es nicht. Ja, Modern Consumer was. Also, so gut gibt es nicht. Dankeschön, Zocker des Jahres für dein Follow. So viel Zocker. So, dann mal gucken. Vanessa hatte heute einen nicht so schönen Tag. Haben die anderen schon alle mitgekriegt. Hallo Mirko, Wayne. Gute beste Freundin. Oder ich weiß gar nicht, ob sie ihre beste Freundin ist, aber ihr Freundin ist irgendwie heute gestorben. Deswegen wollte sie ins Krankenhaus. Jetzt. Jetzt. Äh, der echte. Sarah, wer ist Sarah? Aber trotzdem ein Herz. Tschüss. Hi, Rune. Gute Nacht. Oder bis später. Haha, Joel, ade, ist wieder da. Haha. Haha. Hallo Jana. Ja, check ich doch gleich wieder. Hallo MD Nils. Ah, dass Dennis nicht da ist. Ja. Ja, der kommt schon gleich, wenn er seinen Namen hat, ne? Nee, dann musst du seinen scheiß Grabstein abbauen. Der nervt. 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 Ich will Nervt. Nein, ich will lieber Brei. Kennt das jemand? Ich mag keine Nerv. Ich glaube, ich gehe mal bei dir runter. Ich glaube schneller, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallo Tobias. Willkommen zurück. Könnte ich wissen, was ihr da macht? Wir bauen gerade... Ich grüße Dani. Schneller abbauen. Ah, okay. Ähm, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir bauen gerade eine U-Bahn. Ich muss mal hier kurz ein bisschen drin rumwerken. Das möchte ich natürlich noch gerne haben, hier das Eisen. Das bauen wir gleich wieder weg, weil das sieht ja nicht schön aus, ne? Tada. So. Alles meins. Oh, ist das ja schon fünf breit gebraut? Oh. Beid ge... Beid gebaut. Beid gebaut hat ja. Benita. Habt ihr das gehört? Katze im Stream wieder. Hallo mein Krafts-Schrubi-Experte. Muss loskommen gleich wieder. Okay, bis gleich. Guck mal. Amy Maus. Hallo. 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 Scooby. Okay, Scooby war im Heide Park. Geil. FIFA Zocker, was geht? Äh, ja. Habe ich schon Minecraft-Schrubi-Experte Hallo sagt? Was bedeutet Onboard, dass die Grafikkarte Onboard ist eventuell? Oder die Soundkarte? Warum machte Nightbot nichts? Hm, gute Frage. Der streikt heute. Vielleicht. Warte mal. Das war, glaube ich, einer zu viel. Jetzt habe ich hier so eine Schlenker drin. Eigentlich voll doof, ne? Denker? Schlenker habe ich hier drin. Ich müsste hier... Warte mal. Ich muss das hier eigentlich wieder zumachen. Ich muss zwei weiter nach hier, glaube ich. Ja, ich habe hier auf Tool dazu noch nicht so viel eingerichtet, deswegen macht der Nightbot auch nichts. Mal gucken. Ich glaube, ich müsste zwei weiter hier hin. Aber jetzt muss ich das hier wieder abbauen. Was ist das denn? Was? Ich habe so cooles Geräusch hier gehabt. Ich habe dich nachgemacht. Okay, ich muss den Nightbot aktivieren. Hast du das cooles Geräusch? Heute leider nichts. Spendenmaschine von der Tanke geht heute nicht. Ah, das ist nicht schlimm. Auf Insta wurde das schon gepostet hier. Genau, da steht Instagram. Eigentlich so wie hier auch. Ich heiße eigentlich immer Zanzaram-Zong. Es sei denn, auf Twitter heiße ich Zanzi-Am-Zong und macht Zanzaram-Zong zu lang. Doof. Ich mag Bananen. Ich mag Bananen auch. Banana! Now leaving the channel. So, jetzt nochmal bitte mit Caps, einer. Ne, einmal bitte, einer bitte Caps schreiben. Das kann man eigentlich sein. Zanzi, aaaa, was? Oh, die süße Katze. Ja, die ist voll süß. Oh, voll lieb und voll schmusig. Ich baue jetzt einfach hier weiter, so. Ich baue hier weiter und dann baue ich hier wieder zu. So machen wir das. Oder Raton verwalten. So machen wir das. Bis wir da hinten auch. Die macht den Test. Hey, Gabby ist auch hier. Hup, hup. Gabby. Wenn man traurig ist, schreibt mal einen Whirlpool. Oh, Zocker. Ich habe aber doch keinen Whirlpool gebaut. Ich bin so schlecht. Weiß nicht, warum der Nightbot hier nicht will. Plopp. Nacht. Gute Nacht, Yannis. Schön, dass du wieder dabei warst. Ach so, ich wollte mal sagen, beim letzten Mal, weil ich habe nochmal geguckt, konnte ich ja auch nochmal gucken. Der meiste Chatter beim letzten Mal, was schätzt ihr? Jetzt dürft ihr mal schätzen. Was glaubt ihr? Wer das wohl war beim letzten Mal? Wer hat die meisten Nachrichten geschrieben? Jenny. So, noch ein paar. Ich warte nochmal. Mal gucken, was die Leute so schreiben im Chat. Die haben ja vielleicht auch ein ganz gutes Gefühl. Was glaubt ihr? Wer hat die meisten Nachrichten geschrieben? So, Nightbot is now leaving the channel. Eine Stadt wäre gut. Wir bauen ja eine. Wir haben doch eine Stadt oben. Ich bin ja nur gerade unter der Erde. Da sieht man nicht so viel. Wir haben schon richtig ordentlich was gebaut. Wir haben auch einen Wasserpark schon angefangen. Mehrere Häuser haben wir auch schon. Ich will mit euch spielen. Wir bauen gerade eine U-Bahn, Vanessa. Hier kommt die U-Bahn-Station rein. Ich bin schon froh, dass ich den Ben gefunden habe. Wir haben uns da entgegen gebuddelt. Ja. So, wo gucke ich das mit den Caps? Wo war das? Oh Manns nicht. Hallo Idiot Geilo. Hä? Warte mal, das war doch der... Äh, Kathi? Verdammt. Hallo MaxiNatorLP. Kann sein, dass ich stand da. Das war richtig, oder? Sag ja. Ding. Whirlpool. Oh, warum bist du traurig? Was ist los? Heißt das jetzt, ist das jetzt ein geheimes Zeichen dafür, dass man traurig ist, wenn man Whirlpool schreibt? Haben wir jetzt hier schon unsere geheimen Zeichen? Drache, Drache. Doch, Nadja. Nadja. Also, falls sie jetzt das gerade geschrieben hat, die meisten Nachrichten hat tatsächlich beim letzten Mal die Nadja geschrieben. Nadja hatte richtig viele Nachrichten. Wir haben auch extrem viele Nachrichten gehabt. Irgendwas in 9000. Irgendwas. Das war so übertrieben viel. Aber okay, ich habe natürlich auch sehr, sehr lange gestreamt. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum der Bot hier keine Caps raus macht. Aber es ist ja auch recht ruhig heute, deswegen denke ich mal, können wir das... Gechillt, ne? Ich sehe noch nicht mal, wie viele Leute da sind, weil ich mein Ding eigentlich müsste ich mal ganz kurz raus tabben. Warte mal, lass mich einmal ganz kurz raus tabben. Ich muss mal hier hinten mal kurz was verschieben. Moin Epic Gamer! Was willst du verschicken? Aha! So, jetzt kann ich wieder was sehen, das ist doch gut. Hä? Falsch. Vanessa oder Nadja? Wenn ihr meint. Ich hatte recht mit Nadja Glückwunsch. Aber guck mal, ich finde, Nadja hat sie auch schon verdient. Am Anfang der Stadt. Sie steht ja auch schon hier bei mir. In der Stadt. In meinem Haus sogar. Passt ja auf. Passt ja ganz gut. Boah, jetzt hab ich's gleich hier. Yeah. Yeah. Hallo King Kong. Morgen letzter Unitag, danach Freiheit. Huuh. Ich wette, du wirst dich irgendwann zurück an die Uni sehen. Boah. Uni ist stressig. Äh? Ja. Voll shit. Ne, das ist immer so der eigene Druck, den man sich macht. Dass ich's runterbröckeln da hinten. In welche Richtung baust du? Nach links oder nach rechts? Oder in beide? Äh, ich brauche gerade auf dich zu. Ja? Aber welche baust du weg? Links und rechts? Baust du links und rechts weg? Ja. Ja? Okay. Jetzt musst du kurz gucken, komm. Okay. Ich hab versucht auf Fahrrad Wheelie zu machen und hab's drei Stunden geschafft. Oh, nice. Was fehlt da noch? Einer, oder? Du hast ja nur vier. Echt? Ja. Okay. Welche, welche Seite? Äh, mach doch auf der hier noch einen. Wie du willst. Das ist eigentlich egal. Dann hast du links und rechts. Dann mach ich rechts. Ja, also hier, ne? Ja. Okay, gut. Komme ich mal hier entgegen. Ich hab letztes Mal auch mitgezockt. Ja, das stimmt. Wer hat mitgezockt? Nein, ich hab's schon noch nicht geriff. Schönen Grüß an Charlo, hallo Charlo. Hallo. Wer hat die meisten Kommis hatte, also jetzt meinst du, jetzt weiß ich nicht, ähm, weil ich jetzt gerade nicht geguckt hab. Aber vorher war's Natja. Beim letzten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht, Johannes. Ich bin elf, bin Mini King Kong. Mag Bananen. Okay. Bei uns im Haus sind's 10 Grad. Warum? Hä? Echt? Das ist so kalt? Ich hab mein Wärmekissen hier aufm Bauch. Also hier ist, Leute, eigentlich recht schwül. Ja. Ups. Jetzt hab ich die Fackel abgebaut. Die brauchen wir gleich mal wieder hin. So. Bo, wir sehen uns gleich. Danke schön. Danke schön, Hobby Trucker 97. Äh, was? 79 für dein Follow. Was? Tschüss, Simon Masterful. Tschüss, Simon. Danke schön, Leonator 06 für dein Follow. Mir geht's gut, Sonai. Wie geht's dir? Hallo, Zuri. Hallo, LukeTV 06. Gute Nacht. Gute Nacht, Angie. Schlaf gut. Gute Nacht, Angie. Ich bin zwölf, bin 13, bin zehn. Uppen rechts, das ist mega lang. Also manche Sachen laden auch lang, wenn man die ganzen Dinger hier dazu holt. Die Mods, das dauert manchmal tatsächlich lang, bis sie laden. Ich würde vielleicht erst mal... Oh. Ups, das war ein bisschen viel. Ich würde vielleicht erst mal gucken, dass man das ohne Mods versucht. Alle ihr Alter schreiben, wir machen sie gerade, ne? Glock. Ah, oh, hier muss ich oben noch lang. Dankeschön, Annabelle Logisches. Jeeho. Fällt ein Follow. Ups. Jeeho. Dankeschön, JohnGamingTV. Fällt ein Follow. Mhm. Hm. Ist jetzt egal, oder? Ob da hier irgendwas hinter der Wand ist. Ich baue jetzt erstmal hier so meine... Ja. Find Autogrammkarten gibt es, sobald ich wieder Mail-Day-Briefe zu... Sobald man wieder Mail-Day-Briefe zuschicken lassen kann. Warte, 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 warte. Ich würde eine... Ähm, die einen Umschlag mit Briefmarke zu... Mitschicken. Damit ich das zurückschicken kann. Oh, warte, warte, warte. Nein, kommt zu mir. Aber das dauert noch ein bisschen, bis das Projekt startet. Fuck. So. Hey, deine Decke. Ich bin noch nicht so weit hier. Kannst du mir einen Gefallen tun? Lass mich anschreiben. Würde gerne mal mit dir schreiben. Das ist so blöd. Dankeschön für die Buddies für den Follow. Du kannst mit mir auf Insta schreiben. Da schreibe ich auch persönlich, aber sonst bin ich eigentlich nicht so aktiv. Also ich krieg's auf... Manchmal mit auf Facebook. Auf Twitter krieg's gar nicht mit, aber... Auf Insta bin ich eigentlich immer schon aktiv da. Zwei Zeitgaben, was aufzunehmen. Oh, okay. Da auch nochmal Hallo. Hallo Annabelle. Das erfährst du dann, wenn du fleißig die Mail-Days guckst. Irgendwann sag ich dann, so jetzt wieder zuschicken. Hier ist meine neue Postfach-Adresse. Und dann... Genau. Die Barcelona-Karriere geht nicht weiter. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Echt nicht? Wie doof. Die Bayern-Karriere geht weiter. Wie doof ist denn das? Ich kann euch nicht helfen. Könnt ihr mal mit Monstern machen? Ich hab so Angst. Ich grüße 100% Spaß. Man könnte hier auch irgendwelche coolen Sachen noch. So Bilder oder sowas dran machen. Ist ja auch geil. Genau. Mein Nick ist auch Zanzara am Zocken bei Instagram. Hallo General Hamster. Ein General. So. Momentan kann man nicht mitspielen. Leider, leider. Ich würde es so gerne. Aber das ist echt so kompliziert gewesen. Deswegen haben wir das irgendwie eingestellt. Weil das so... Immer nicht so einfach war. Und der arme Saschi musste immer so drunter leiden. Ja. Der musste immer alles organisieren. Und dann klappt er das nicht. Also Saschi hat Schuld. Nein. Saschi hat natürlich nicht Schuld. Ich finde Ronaldo besser. Nicht... Ja. Hallo Mirzat. Hallo Bastian. Aber wie heißt er? Wer denn? Wer heißt der Server? Der hat keinen Namen. Weil der ist ja privat. Der heißt Alfred. Nein. Der Server heißt Sascha Server. Oh. Nein. Eigentlich ist er glaube ich Dampfriese oder irgendwas. Sascha, kannst du mir zurückschreiben, wenn ich dich anschreibe, fragt Sorai. Äh, Sonai. Saschi mit seinem kleinen Projekt da. Ja, lächerlich. Ja, mit seinem kleinen Ding da, ne? Ja, das kleine Ding. Das kleine Ding da. Das kleine Ding kennt er sich aus. Ach, ich glaube ich lass das hier mit den Facken. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen. Ist das unser Jürgen? Jürgen Gips steht hier. Ja. Den kenn ich doch. Ich mag André Ter Stegen von FC Barcelona. Ich werd dich heute mal anschreiben. Nick ist wie ihm gern. Schanzhaare am Zocken. Oh, meine Rüstung leuchte cool, ne? Seh ich gar nicht. Wie? Seh ich nicht. Leuchte doch alles aus. Seh ich gar nicht. Aber vielleicht hab ich das ausgestellt. Ich seh bei mir auch nicht die Fackel leuchten. Hä? Ja. Ich glaub irgendwas ist bei mir ausgestellt. Deswegen hab ich glaube ich auch meinen Lampen auch nicht leuchten gesehen. Ich glaub ich hab das irgendwie so hell gestellt. Ich muss mir das mal angucken auf Screen oder so. Auf welcher Höhe kommen jetzt die Schienen? Machen wir unten jetzt Boden rein? Keine Zeit ich armer Junge und Samstag bin ich auf dem Geburtstag von meinem Neffen. Du armer Gabi. Aua, was? Machen wir unten jetzt den Boden oder graben wir nochmal einen tiefer für den Boden? Ich würde einen tiefer graben eigentlich. Gut. Oder? Ja. Ja? Ja. Warte, warte. Bleib, komm zurück. Wieso? Sagen wir mal kurz wie der Boden aussehen soll. Äh, wie? Sieht mein neues Profil besser aus? Ich seh immer noch den Drachendrache. Drache. Ich möchte einen schönen Boden. Nehmen wir Pflasterstein? Davon haben wir so viel. Ja, lass mal den grünen hier nehmen und den schizzeln wir. Äh, grün ist doch egal. Ja, ja, das meine ich. Lass mal, ja, ist egal welchen wir nehmen. Ähm, ich würde... Wollen wir in der Mitte, wo die Schienen drauf liegen, einen anderen machen? Ja, dachte ich auch so was gerade. Äh, warte mal, wir stellen mal einen hier hin. Okay, warte, ich stell mal einen hier hin. Guck mal so, guck mal. So. Geh mal den hier auf. Und dann kannst du so machen. Oh, ne, so. Hä, warum geht das jetzt nicht? Achso, warte mal. Ich glaube, ich habe das hier noch... Warte mal. Mann! Mann! Guck mal! Hallo Hockey! Hahaha, voll cool. Warte, ähm... Den fand ich nicht schlecht. Den ersten eben, ne? Hä? Oder? Den? Den? Den habe ich bei mir im Keller. Den in die Mitte? Den in die Mitte? Wo die Schienen drauf liegen? Okay. Vielleicht? Und außen? Entweder machen wir so was ganz Schickes außen. Ey, warum hast du den? Mach doch hier einen. Komm mal, wir können doch gleich hier einen daneben setzen. Ne, das ist... Ach so. Wir sehen, wie es aussieht. Ah ja, okay. So, den... So, das wäre der. Den schwarzen fand ich nicht schlecht. Ja, den hätte ich auch gedacht. Den, der ist gut, oder? Ja. Ja, weil der verändert sich auch, wenn du den hier so daneben setzt. Dann wird der so lang, warte. Guck. Ja, nehmen wir. Findest du gut? Ja. Lassen wir die erstmal stehen hier, ja, ne? Wieso? Naja, jetzt mal abgucken nachher. Ja, okay. Wir bundeln aber ja eh eine Etage tiefer, ne? Ja. Okay. Aber nur drei, weil an der Seite kommen dann wieder andere Steine, ne? Ja. Nehmen wir doch Holz, oder nehmen wir Holz für die Decke, oder wie machen wir das? Finde ich auch ganz schön, oder dass wir vielleicht zwischendurch noch so was bauen wie eine Mine. So eine Stützen. Wie magst du das? Ja, habe ich ja eh gebaut bei mir in den Gängen immer. Ja. Ich mag diese Mine-Optik total gerne. Ja, ich mag das auch gerne. Aber vielleicht machen wir dann nicht so, wir können ja auch nicht so Holz nehmen, oder wir können auch so rotes Holz zum Beispiel nehmen von den Kirschbäumen. Oh ja. Da haben wir ja extra nochmal abholzen und alles. Ja, und anbauen vorher und so. Ja. Muss mich umziehen. Okay. Hallo Raku Senpai. Hallo M-Styler. Wo bin ich hier? Ich glaube ich bin falsch aufgebogen. Okay, tschüss. Oh. Hallo Pawu HD. Hey. Hallo. Hi. Hi. Ich wollte Ben fragen irgendwann mal. M-H-S. Ja nicht. Heuer sein nächstes Jahr vielleicht. Was? Ich wollte Ben fragen irgendwann mal. M-H-S. Ja nicht. Heuer sein. Nächste Jahr. Vielleicht. Was? Ist das, ähm, Schweizerdeutsch? Nicht heuer? Weiß ich nicht. Nicht heute meint er bestimmt. Tut mir leid, dass ich böse war. Nächstes Mal ja vielleicht. Aber was ist M-H-F? Ich weiß. Gestern, ne? Es mal der TS. Ja, ne? Tafel war das, ne? Äh. Weiß grad auch nicht, ne? Basterstein. Ja, ja. Und dann mit dunkler Tafel, ja. Nein, der hat's runtergespuckt. Lass mich hoch! Hallo Titi Gaming Titi. Hallo Titi Gaming Titi. Hallo Jojo LP. Hallo Cody Halli. Dankeschön. Dankeschön. Wir spielen auf einem privaten Server. Yeah. Wer ist Dennis? Dennis ist PAX United. Dennis ist der Strudelkönig. Also Mod wird der, der nicht nach Mod fragt. Klingt komisch. Ist aber so. Klingt komisch. Ist aber so. Das wird bestimmt schön hier mit den Stützen. Ich bin ganz gespannt, ob das gut ist. Deutsche Sprache, Schwere Sprache. Ja. Schweizerdeutsch. Das hab ich gedacht. Das war jetzt überhaupt nicht Schweizerdeutsch grad, aber egal. Fragt hat ausgemoddet. Hallo Ingrid. Ingrid ist bestimmt mal wieder nicht Ingrid, sondern wer anders. Das ist schick. Das ist schick. Schick schön. Genau. Ich bin auf PC. Wollen wir mal auf Flensburg und neue Aufnahmen von dem Mann im Bus machen? Nein. Nein, warum nicht? Ich will den nicht benutzen. Doch, ich benutze den. Nein. Dankeschön. Le Muffen Sven. Eh, danke für den Erfolge, wollte ich sagen. Genf. Ah. Bim in der zweiten Klasse. Hallo. Vielleicht kann man jetzt hier mal bei Ben sein. Hm? Was? Was kann man bei Ben sein? Fertivierung. 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 Drei kann man bei mir sein. Dolomit. Das jetzt nochmal hier unten hin. So. Da fällt doch gar nicht auf, dass wir hier was falsch gemacht haben. Dennis ist cool. Dennis ist der Strudelkönig. Der muss cool sein. Ja. Wie lange Streamer, du? Hallo Royal Clasher. Wie lange Streamer, du? Hallo Dortmunder Junge. So lange wie ich Bock habe. Tag. Oh, schon wieder ein Loch. Und Sascha und Jackie kommen ja auch noch irgendwann dazu, ne? Yep. Und die Frage, wann? Ob wir dann überhaupt noch streamen, weiß man ja nicht. Das weiß man nicht, ne? Hallo Marie zockt. Hallo. Was ist das hinter dir? Nichts. Achso. Das hinter mir meinst du? Das ist eine Diskokugel. Wo ist eigentlich Sascha? Ich weiß es auch nicht. Sascha, der kann heute erst später. Der hat heute Family verantwortet. Der muss den Abwasch machen. Nein. Und seine Dame, die ist heute auch mal im Zocken. Die spielt heute tatsächlich Landschaftssimulator. Oh, jetzt habe ich es abgebaut. Hoppala. Sascha sind derzeit baden. Genau. Der ist baden. Der ist immer baden. Im Zweifel ist er baden. Zweifel ist er baden. Zweifel ist er immer baden. Wie mach das so? Sascha, der Nop ist nur Spaß. Was? Der Nop? Ich warte, bis Sascha streamt, dann springe ich. Wohin? In die Badewanne. Ahaha. Reich an Erfahrung. Ja. Wer ist Reich an Erfahrung? Weiß ich nicht. Äh. Äh. Ja. Weiß ich nicht. Nein. Ich mag... HCD. Ja. Ich komme aus der Region von Genf. Oh, schön. War ich noch nie. Ich war damals zwar in der Schweiz, aber nicht dort. Hast du ihn in der Mitte jetzt abgebaut? Du redest leider zu viel. Wer jetzt? Loot-Drummer. Also wenn man streamt und nicht redet, hat man was falsch gemacht. Oh. Du redest zu viel. Haha. Ja, das ist... Das ist... Ich hab mir jemandem zugeguckt, der streamt und nicht redet. Das ist voll mega langweilig. Dann kann ich auch selber zauern. Hm. Hashtag beste Community. Yeah. Hallo Soraya. Oh. Das war blöd. Die Musik wird nicht angezeigt. Ah. Ah. Okay. Raustabben. Moment. Ist das immer eigentlich bei dem gleichen Musikstück? Kann das sein. Hup, hup. Nein. So. Warte. Geht immer noch nicht. Was ist da los? Was? Warum geht das nicht? Hm? Warum zeigt er das nicht an? Okay. Warte, warte, warte. Songs. Ich will mich letzt nicht mit deinen Mods und dir anlegen, aber ich verstehe nicht. Ich frage schon so lange, ob ich Mod werden kann. Naja, Jürgen, du bist halt sehr wenig dabei, ne? So, machen wir das hier nochmal. Beste Spende war glaube ich 10 Euro oder 20 irgendwie mal im 24 Stunden Stream. Warum wird das nicht angezeigt? Okay, warte mal. Ich schließe das nochmal. Mach nochmal von vorne. Ja, es geht wieder. Uh. Haben wir das eben schonmal gehabt? Oh. Oh, Jackie. Das geht auf jeden Fall. Oh, ich brauche unbedingt neue Musik. Ja, ich auch. Ich hab das zwar schon so viel. Ups. Dankeschön, undercover spy.de für deinen Follow. So, jetzt bin ich da. Ja, das wär mir. Hallo chickenboy944. Dankeschön. Aber wo seid ihr? Ab dir, Rashid. Äh, weg. Wir bauen die U-Bahn, Jackie. Ich dachte, du kommst den Stream hier. Ne, ich hab gegessen. Ja, man kann auch beim Essen Stream gucken. Ja, beim Kochen. Ich bin glaube ich nicht gemacht für einen 24 Stunden Stream. Zu viel Druck. Alf? Ja. Ach, das misst du schon. Leckere Buletten mit Feta-Käse. Ja, angeh mal. Und Spinat und das ist auch noch dabei. Ne, ich hab Kekse. Ich hab Kekse. Ja, wir auch. Neu. Ja. Willkommen. Hab ich gesehen. Genau, hol dir. Ich hab's nass. Das ist nass. Hallo Drizzy Let's Play. Na, was geht hier so? Hey, die ist. Äh, gesellig sein. Sollen wir weiter hinaus? Nein. Das ist gut, Gabi. Wie sieht denn? Kennst du Vanessa aus Hessen? Ich weiß sie nicht. Äh, nicht vielleicht? Hallo, it's Juli. Ich grüße dich auf jeden Fall. Heute nur Minecraft. Ey, sag mal. Da rennt du mir in meinen Weg rein. Unfassbar. Ach, rüber. Jacky, hör auf mit dem Kaka. Oh, komm, die nervt schon wieder. Ah, ich schmeiß dich gleich aus. Kaka. Alles wird klein im Alter. Ja, auch Jacky. Ja. Ne. Doch, Jacky wird ganz klein. Ich bin klein. Ich bin klein. Ich bin äh... Jacky wird klein. Das mir egal, was du sagst. Okay. Ich war 1,80m groß. Jetzt bin ich 1,79m groß. Vielleicht bin ich 1,79m groß. Vielleicht bin ich ein Zentimeter gestrumpft. Du hast das Regal. Habt ihr mir wieder geschickt? Ich kann gerade nicht gucken, während das Streams gucke ich nicht. Ja. Ist Jacky ein Mädchen? Oh ja, Jacky ist ein... Jacky, mach doch mal die Mädchenstimme. Ja. Hallo. Sag. Ey, das war ganz schwach. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Ben. Jacky, du musst ein bisschen mädchenmäßiger reden. Damit die Leute auch wissen, dass du ein Mädchen bist. Oh, hallo. Hallo. Na? Hast du die neue Handtasche gesehen von Gucci? Nee. Nee. Nicht wirklich. Ich hab ne gute Gaming-Playlist. Echt. Aber die darf ja alles nur Copyright sein. Äh, also nicht Copyright natürlich. Boah, ich bin voll. Ehrlich? Die Uhrzeit. Immer das Gleiche. Ja. Das ist aber kein gutes Vorbild, das weißt du, ne? Nee. Echt nicht gutes Vorbild. Ach, Jacky. Das soll ich nur mit dem machen. Geil! Ich bin voll... Yeah. Jürgen, bei meinem Ben Masterforce-Team eben war ich dich nicht gesehen. Fantreffen in NRW? Alf? Ja. Dieser Scheiß ist ja noch nicht da. Wollen wir irgendwas trollen bei ihm? Ja, komm. Nee, ich bau die Uhr an. Ich hab keine Zeit, Jacky. Achso. Nice. Bis gleich, Luisa. Bis gleich, Luisa. Hör auf mit dem Kacka, das ist genauso wie wenn Dennis sagt, das Booster. Das Booster? Ja, Dennis schneid ich den ja auch mit der Schere auf, ne? Das ist auch lustig. Wie klein soll Jacky noch werden? Ja, Jacky, wie klein sollst du eigentlich noch werden? 1,30. Ja, genau. Ja. Hallo, Stride A44. Hab den Doppel in Luna nach. Sehr, sehr geil, Gabi. Ich hab gerade was gedacht, das hab ich aber auch nicht gesagt. Das ist wichtig, dass es Spaß macht. Ich denk ständig Sachen, die ich nicht sag. Ja, das ist voll nicht furchtbar. Dann? Wie soll denn die Wand aussehen? Ja, wie soll die Wand aussehen? Entscheide mal. Es ist so dunkel hier. So und nicht anders. Oh, ist das ein riesiges Ding. Brauchst du gerade noch höher? Alter. Ja, ich baue hier für die Decke schon. Achso, okay. Ja, Sascha ist riesig, ne? Ja, hast du mal seinen Keller gesehen? Ja, waren schon drin. Achso, Sascha ist riesig. Da ist schon wieder eine fliegende Kuh. Tschüss Jürgen. Tschüss Jürgen. Ich spiele mal Clash Royale gegen dir. Meine Kisten. Ich mag keinen Clash Royale selber spielen. Ja, der hat da auch ewig dran rum. Der hat heimlich gespielt. Ja, ja. Dann dir liebe ich wieder Minecraft. Oh, ich will. Machen wir ja nicht, ne? Zanzi? Ne. Was? Ich auch nicht. Ich mach nix. Ich bin nett. Hab fast nur noch Copyright-Sounds. Ja, ja, sehr, sehr. Ich auch. Sehr, sehr. Ich will ja eigentlich im Moment, geplant ist ja eigentlich, dass ich euch eine Playlist machen, dass ihr selber die Songs wählen könnt. Das soll ja irgendwann nochmal gehen über Nightbot. Das wäre geil. Ne, ohne. Macht die Haare schön. Ich? Das wird heute nichts mehr. Bei 100 Likes ist Sanzi ein Center Shock. Nein, tut sie nicht, weil die hat sowieso schon Bauchweh. Ja, so schön. Nein, die hat sowieso schon Bauchweh. Ne, stimmt. Zanzi geht's heute nicht gut. Ach so. Ich verteidige sie heute mal. Dann ist Zanzi bei 100 Likes ein Tee. Ja. Ja. Tee für Herbst und Zanzi. Oh, ein ganzes Glas Wasser. Wer war nochmal der Teetrinker unter uns? Dennis. Also. Ich erinnere dich an Gronkh. Oh, wie schön. Das ist das größte Kompliment ever. Du bist Gronkh mit Brüsten. Ja, ich sehe fast genauso aus. Komm, komm mal runter wieder. Wo bist du hin? Ich will doch jetzt mit dir. Warte, ich mach hier schon mal. Sascha versucht stumpf zu machen. Wie? Der soll aufhören, Sascha. Ja, ich weiß nicht, was er da will. Irgendwas komisches schreibt er. Ich verstehe ihn nicht. Ha, gay. Wieso gay? Was? Ja. Habe ich aber viel Schippen hier. Bitte NRW-Fairtreffer. Ich kann das nicht versprechen. Also. Das muss sich natürlich auch lohnen, weil ich bin ja auch nicht aus NRW. Ist das Minecraft? Habe es nicht. Hockey? Dein Ernst. So, ich brate erstmal Hühnchen hier. Bin weiter da. Bestes Deutsch. Also Sascha, ich habe nichts geträumt. Ha. Hoi. Du bist halt echt krank, nur weiblich. JohnGamingTV. Dankeschön. Ja, finde ich auch. Kranken. Überrüsten und ohne Bann. Mit gerüsten. Tschüss Jackie. Hä? Warte mal. Ben, jetzt komm mal wieder. Oh. Ja, ich muss was essen. Ich habe Hühnchen im Ofen. Ich kann jetzt nicht kommen. Wie du hast Hühnchen im Ofen. Kann er was geben. Das brennt schon nicht an. Das ist Minecraft. Komm wieder. Bleib so lange da, bis das alles durchkommt. Gute Nacht. Kann jetzt durch einen guten Stream gut schlafen. Schön. Panem. Gute Nacht. Schlaf schön. Hä? Was lasst du so doof, Jackie? Hashtag Zanzi's Grog. Da wartet er, bis das Sandinchen durchgemacht hat. Ja, da geht klar. Wenn ich so bimse wie unsere Lehrlinge, die hier haben, das ist mein Ding. Ich sage nur jeden Tag 200 Puls. Hör bloß auf. Jetzt gibt es Santa Shocks Ghost. So, jetzt machen wir die Seiten. Ghost, ja. Habe ich auch schon gegessen. Ja? Und jetzt die Seiten, oder wie? Schon fast alle Enderungen in meinen Plätzen sind. Ja, das stimmt. Ähm, hier. So, warte. Ich wollte mal vergleichen für die Wände. Gar nicht, JD. Achso, jetzt, okay. Wände auch aus Stein. Achso. Stimmt. Äh. Äh. Warte mal, was hältst du davon, wenn wir das mischen? Mischen Apostel. Also vielleicht, warte mal, habe ich Holz? Ich will aber eigentlich keine Eichenholz-Dingsbums nehmen, oder? Wie? Doch, willst du? Nee, ich will keine Eichenholz. Eichenholz könnten wir nehmen. Ja, stimmt. Das könnten wir auch nehmen. Da haben wir viel von. Aber das können wir nicht schüsseln. Ja. Habe ich, glaube ich, sogar dabei. Nee, das können wir nicht schüsseln. Hier, warte mal. So. Ähm. Ich zeig das mal. Äh, ich demonstriere das mal eben. So. Das wäre dann hier unten, ja? Dann machen wir hier einen Pflasterstein drauf. Oder so. Ja, ich wollte es auch gleich meinen Ober. Oder so. Und dann hier noch so eins. Hm. Magst du das Holz hier? Hm. Zu hell, ne? Und die Decke? Hm. Decke aus Holz, oder? Ja. Ist jetzt ein Center-Schock. Nein. Bist du zufrieden? Du bist ein Center-Schock? Ja. Das sieht man noch gar nicht. Was soll denn das? Wow. Wow. Äh. Wow. Uh. Wir können natürlich auch noch Bambus nehmen, ne? Theoretisch. Stimmt, wir können auch Bambus nehmen. Oder wir nehmen hier diese Stufen. Dann ist das nochmal mehr Platz oben. Guck mal. Wenn man das so macht. Die Stufen. Äh, warte. So. So, guck. Das wo? Da oben? Ach da. Oh, ja. Die sie ist gut. Das hier wäre jetzt... Das hier wäre jetzt... Hä? Das ist doch keine Eichenholzstufe. Ach so, das ist eine Schwarzeichenholzstufe. Ach so. Aber dann sieht man, äh, die Dinger hier. Die müssten die auch noch theoretisch. Also. Ah. Hm. Hast du recht. Mein Endresultat ist von dem Center-Schock. Am Anfang ist es schlimm. Danach geht's voll. Ja, das stimmt. Du bist gut für Frau. Hallo Gego. Du bist gut für Frau. Hm. Ben muss Hühnchen essen für The Dr. Nougat. Ja. Ist Julian da? Ne, Julian, der hat doch wieder mit seiner Freundin. Ja, Julian. Ah, seine Freundin. Jackie soll aufhören. Was? Du bist gut für Frau in YouTube. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Eigentlich nett gemeint, aber... Wo ist dein Kopftuch? Wie kann sein ohne Kopftuch? Aber hier. Man könnte... Hm. Ich bin unschlüssig. Ich bin echt unschlüssig. Was meinst du? Oh. Bau das wieder weg. Hm. Warte mal. Ich baue mal. Hm. Mal gucken, ob das gut ist. So. Also so ein dunkles Holz eher. Hm. Das wäre ja dann auch auf der Höhe hier, ne? Hm. So würde das ungefähr aussehen. Also ich find's im Dunkel irgendwie besser. Glaube ich. Oder? Oder du nicht so? Hm? Du nicht so? Doch. Warte mal. Wir simulieren das hier mal. Ach ne, jetzt hab ich da unten Steine geboren. Ja, machen wir das simulieren. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017